Gehen, fahren, fahren, fahren. Einfahren, einfahren, hier fahren und alle fahren. Hallo, sind sie die Baufanen da? Ich bin der Bauherr, da ist alles angemeldet. Alles habe ich angemeldet. Ich hab die besten Leute bestellt und einen Scheißdreck hab ich gekriegt. Was? Ich hab keinen Dommermann. Ich hab gleich ein Verstattchen in den Arsch. Herr Chef, schau den Plan an! Den Plan kann sein Ohr schauen. Schau dir das einmal an, bitte, Alter. Hast du den Plan geschissen? Hast du den Pilot gefressen? Das ist kein Bugge. Das ist ein Skandal. Der Mitch in Grau. Das ist ein Badezimmer. Wir gehen da ja nicht rein. Ein Gros und die Hörte, die Eier. Jetzt haben die Uhr noch. So, man kriegt keine Leute. Man kriegt keine Leute, ja? Wache Wetter kannst du aufzeichnen. Das kann er sich einrechsen. Das lässt er ihn fressen. In der ganzen Kühe. Dass er zwei Jahre nicht scheißen kann, der Trondl. Ja gut, das kann ich auch nicht essen.